Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 13. Ich habe hier eben gespeichert und wollte eigentlich noch mal schnell gucken, ob wir nicht noch mal was modifizieren können. Und zwar Waffen. So, die ist ausgerüstet. Und auch noch auf Stufe 1. So, ich weiß gar nicht mehr, wie war das jetzt noch mal. Eins von beiden müssen wir zuerst nehmen. So, das reicht lange noch nicht. Zündkerzen, aber davon haben wir nicht so viele. Davon haben wir viele. Das reicht immer noch, lange noch nicht. Aber, oder waren das erst die hier? Hm, ich weiß es nicht mehr. Ah, das gibt genau. Also, wir müssen erst die normalen Komponenten nehmen, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es diesen EP-Bonus. Und wenn wir dann die hier draufhauen, gibt das richtig Power. So, dann haben wir die noch draufhauen, dann haben wir 1,5. Ne. Was haben wir denn noch hier? Das gibt ordentlich was. So, 4 brauchen wir nicht mehr. Zündkerze. Hm, hm, hm. Nimm ich doch echt die Zündkerzen. Wie viel brauchen wir denn noch? Das waren alle Zündkerzen. So, und jetzt haben wir ihn auf Stufe 2. Und das reicht dann mir auch erst. Weil so viele Komponenten gibt es ja nicht. Also sollte man damit auch ein bisschen sparsam umgehen. Weil man braucht einfach viele, um irgendwas zu verbessern. So, und was erwartet uns jetzt? Uh-oh. Das ist nicht gut. Was machen wir? All right, ich habe es. Wir sind. Right. Ach du Scheiße, wie jetzt? Wow, äh, Analyse. Äh. So. Boah, und direkt in den Heiler. Und vielleicht kriegen wir es ja mit Augmentor und so mal hin. Und mal schnell in den Heiler. Oh, das wird auch wieder ein brenzlicher Kampf. Und der wird, glaube ich, auch ein bisschen dauern. Aber. not in den Zinnen. Oh, nee. Oh. 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 Oh, oui. Oh. See. Oh. Oh. Oh, oh, das wird ganz schön hart. So, ah, das heißt wieder heilen. So, den haben wir gleich im Schock, das ist schon mal gut. So, der ist im Schock, das nimmt der richtig Schaden. So, mal wieder den Heiler reinhauen. So, er ist noch im Schock, aber nicht mehr lange. Oh, oh. So, er ist noch ein bisschen im Brecher und im Heiler bleiben, weil der haut hier echt voll auf die Kacke, ey. So, Medica können wir auch machen. Jetzt pushen wir uns wieder ein bisschen auf. Oh, oh. Oh, oh. Ne, wollte ich gar nicht. Einig hier rein. So. Oh, schnell den Heiler. So. So, das könnte noch echt happig werden hier. So. Ah, ah, ah. Das ist jetzt prosecute. Alterschede. Aber der ist schon mal im Schock. Das hat doch schonmal was. Aber warum habe ich den denn in den Schock gebracht? Das bringt doch eigentlich gar nichts. Kann gleich im Heilen bleiben. Jetzt gehen beide auf Sars los. Oh Mann, oh Mann. Okay. Oh, da kommt der nächste schon wieder. Ah nein, 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 nein. Heiler, 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 heiler. Ach nein, so eine verdammte... Ja, ja, Kampf neu beginnen. Der Frust der Niederlage. Naja, was soll man machen? Das kommt nun mal vor. Besonders bei dem Spiel können mal Gegner auftauchen, die... Ach nein, ich wollte doch noch vorher einen Vitalisator oder sowas reinwerfen. Das wäre jetzt gut gegangen. Kann ich abbrechen? Ja, kann ich. Als Gegenstände kann ich das nicht benutzen, ne? Nein. Ja, das wird ein ganz schön harter Kampf wieder mal. Ich verdiene. Ich empfehle. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich sollte auch mal Meta-Fertigkeiten-Analyse machen, Meta-Fertigkeiten-Analyse und heilen, 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 heilen. Was ist das? Okay, ich bin hier drauf Heilung. So, der ist im Top. Schauen wir mal, was wir aussehen können. So, ich bin hier drauf. Ich bin hier drauf. So, ich bin hier drauf. Heilung. Aua. Heil dich, schneller. Aua. Ich will doch gar nicht den angreifen. Der da soll es sein. Heilung, Heilung, Heilung. Oh, Vinyl heil dich doch selber. Komm, ich bin ab in Schock mit dir. Heilung, Vinyl heil dich. Das war aber sowas schon kurz vor knapp. Da kommt schon... Einen Angriff noch. Geht doch. Der erste ist weg. Einen Angriff. Einen Angriff. Einen Angriff. So, und jetzt kriegen wir den ganz schnell den Serien-Bonus. Jawohl. So, und jetzt leide. Was kann er eigentlich jetzt? Einen Angriff gegen Wasser. Aber er hat übel zugelegt. Einen gegen Blitz. 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 Oh. Hätte ich das nicht gemacht, wer saß weg? So, hier voll mit Taktik vorgehen Und jetzt kriegen wir das Biest nicht klein Komm schon So, und jetzt ist es gleich weg Das war auch mal wieder ein heftiger Bosskampf Und das war's, herrlich Das gibt drei Sterne, tausend Kristallpunkte, wow Äh, Fließring und Donnerkeilring, aha Und Kristallrium erweitert, schön Das war ein heftiger Kampf So, und damit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge Euer MiggiD, macht's gut, ciao